Hallo, meine Damen und Herren, heute ist der Beginn der Lucky Gamer Bar und Neldefreund, der heute im Kampf, weil ich halb bin, finde ich es gut. zurückgetreten und sein bruder auch die mann beide kann boxen leider sind beide zwei nein aber es waren aber auch mal wirkliche boxer endlich und nicht und und nicht immer so richtig vollidioten die einfach nur irgendwie schlagen und nie nichts dabei denken wenn wenn ihr bei einem klitz gebrüder dieses video seht willkommen ich liebe euch ich mag großen die sind eigentlich immer ganz locker ne leichen was im leben finde ich so er geht so auf die hauptschule es gibt gesamte und genau auf jeden fall er bockt ihn halt gar nicht ja ich liebe russen nein aber ich kenne drei gute russen also zwei ältere freunde in real life und die beide sportler sind sind beide studieren jetzt beide und meine vorbilder was die erreicht haben weil ich kenne mich auch nicht nur als porno star sondern auch als hitlaster hat auch ab wegen fest dann guck mal was bei mir drauf steht er läuft einfach rein alter sobald die bedrohung neutralisiert ist es geht auf die irgendwo sollte kap kann sein ja kap kann ist da hinten gelaufen ich habe wakery verletzt oh mein gott waa warum tötet mein kollege mich weg er ist dauernd jetzt ja benet lag da links hey vakery ist dauernd lef 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 Ich hab gehört, Lucky kommt den Clan, er tretet bei, er tretet unsere Organisation bei, unserem Imperium, hab ich gehört. Lucky, kommst du? Aha, okay. Kann ich ganz genau verstehen. Lucky, stimmt das? Wir sind immer die Besten, versteh'n. Irgendwie nicht so bezeugen. Warum nicht? Er ist Level 4. Major, wir wollten noch Summe. Er ist Level 4. Da kann ich eins nur dazu sagen. Was? Nein, das ist bescheuert. Ich war mal Lucky, oh, 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 oh. Ja, wo ist ein Malcure? Äh? Ach, da ist Gewirr. Das Gerät ist noch fast. Gerät wurde platziert. Schwitscht ohne. Es bleiben 10 Sekunden. Er macht einfach die Lucke nicht zu, ne? Noch 5 Sekunden. Ja, was ist mit ihm los? Mit wem redet er? Ja, genau, muss ich zu spüren. Wir haben ihn während des Angriffs aufzuspüren. Was, wenn die Jekyll haben, ne? Dann bin ich jetzt einmal durchs Ganze ausgelaufen. Oh, da gibt's Drohne im Angebot. Die Sledge, 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 Garage. Glass und Sledge. Ich glaub alle. Ich verpiss mich. Ich verpiss mich. Ja, don't whisky major. Ja, wow. Pika. Oh, die kenn ich sogar noch. Irgendwann vor einem Jahr oder so hab ich mit denen gespielt. Das Ganze. Ja, schon lange, Alter. Der macht nur scheiße. Ja, zu spät. Ich würde nur sagen, der macht nur scheiße, kann raus. Und was macht der, ey? Warum? Kleiner Tipp. Nimm Revolver. Also als Verteidiger ist immer besser. Und dann mit Laser. Weil damit hab ich schon öfters, Leute, ein paar No Scope. Heil dich doch. Ich komm weg dich. Ich komm weg dich. Wow, guck mal was, ey. Yo, er ist Ghost 2.0. Er ist Ghost 2.0, ne. Einfach nur, geht euch alle vergraben. Macht der. Er sagt, da sind gar keine Gegner mehr. Ich weiß nicht. Ach, hat doch die Dings geholfen. Die Cam. Aha. 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 Er ist kommt von oben. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter aufgespürt. Ich würde es da auch ne Cam haben. Hier ist Upside. Right, 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 right. Nice. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er es noch schafft. Hat er gut gemacht. Hat er das gemacht? Ja, weil er rein gerusht. Weil er keine Zeit hat. Idiot. Ja, weil er keine Zeit hat, man. Ja. Soll ich jeden nehmen und du nimmst dann... Major? Warum nimmt der Recruit? Egal. Nimmst du dann Kapital? Kauf ihn dir. Ich hab kein Kapital. Ja, nimm Blackbeard. Ja, mach ich doch am nächstes. Na, er hat immer noch nicht... Nimm doch, da nimm Twitch. Ne, my Q. Na, er nimmt nicht echt. Egal, das geht auch. Zu spät. Ich denk mal, nicht in der Garage. Ja. Ey. Ja, dann nicht. Lucky Gamer. Jetzt bin ich drauf. Ja. Major? Ich sag dir gleich was. Das Geheimnis. Puls getwitcht. Puls getwitcht. Major, und zwar das Geheime ist, ich hab einmal Puls getwitcht. Ja, und was wolltest du jetzt für einen Lucky von Jason Narulo sagen? Ich würde seine Kälte zerstören. Aha. Zehn Sekunden bis Einsatz. Sehr schön. Ich hab alle... Ich hab mich gewundert, warum sind die alle oben? Ja, aber da oben ist ja auch der Raum. Ist so. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Warum? Ja, ja. Ja, als Verteidiger. Ja, und dann mit. Vielleicht ist nächste Runde. Ja. Mit wem redest du? Was ist eigentlich denn? Ich war'm Lucky. Kennt ihr den Song nicht? Er kennt Jason Narulo nicht. Ja, von wem sonst? Hast du von Jason Narulo? Lade nach. Oh mein Gott. Junge, was macht dieser Typ, ne? Alter. Ja. Er macht immer Kies, Mann. Vorsicht, EMP. Ja, moin. Moin. Alles klar, Major. Ich auch. Ich rusche. Wow. Lass mich mit in die Brote rein, Mann. Warum schieß doch überhaupt? Moin. 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 Heiß Moin. Ja, keine Ahnung. Ich hab' ihn nicht geneiftet. Ich hab' ihn aber geneiftet. Ich hab' ihn geneiftet. Ich hab' ihn geneiftet. Ich hab' ihn geneiftet. Ist durch. Nein. Krieg' ich Alpha-Pack mit 20%? Deine Mutter. Wer macht Alpha-Pack? Ja, Halli. Ich sprich' die Mutter von... ... 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